Nach gut zwei Jahren Bauzeit ist es geschafft. Der Zweckverband Kriebsteintalsperre lädt am 30. April zur offiziellen Einweihung des neuen Hafengeländes ein. Der mittelsächsische Kultursommer, die Karodansers sowie der Fanfaren- und Trompetenkorps Showportal erwarten Sie mit einem bunten Festprogramm von 13 bis 16 Uhr im Besucherzentrum des Hafens. Einen Tag später wird mit dem Frühlingsfest an der Talsperre Griepstein der Wonnemonat Mai mit Livemusik begrüßt. Dazu gibt es Dixieland am Hafen mit dem Silverstone Swingtat aus Freiberg. Mit dabei ist auch der Freizeitfranz. Zusätzlich steht an beiden Tagen ein reichhaltiges kulinarisches Angebot für Sie bereit. Natürlich stehen Ihnen die Fahrgastschiffe für eine Schifffahrt zur Verfügung. Ein besonderes Highlight sind Fahrten mit der historischen Midweida.